Schnelle Entscheidungen zu treffen ist gerade in der Selbstständigkeit ein enormer Wettbewerbsvorteil. Anstatt ewig lang zu grübeln, ein neues Angebot zu launchen, sind andere schon längst in der Umsetzung und gewinnen bereits die ersten Kunden innen. Probiere diese sieben Schritte aus, um entscheidungsfreudiger zu werden und den anderen nicht länger beim Business-Erfolg zuzusehen. Ach übrigens, das gilt auch fürs Privatleben. Herzlich willkommen beim Intuitionsgeflüster. Mein Name ist Christine Arndt und als professioneller Coach begleite ich dich auf deiner persönlichen Transformationsreise von der ängstlichen Zweiflerin zur selbstbewussten Umsetzungsqueen. Intuitiv, authentisch, leicht. So schön, dass du mit dabei bist und ganz viel Freude beim Zuhören. Wie kann man souverän durch die Komplexität des Lebens navigieren? Schwarzes oder grünes Oberteil? Der Vortrag mit PowerPoint oder lieber ohne? Entscheidungen sind die Grundbausteine des Lebens. Jeder Tag präsentiert eine Vielzahl von Optionen. Von kleinen wie Kaffee zum Hiertrinken oder Mitnehmen bis hin zu lebensverändernden Entscheidungen. Bleibe ich im bisherigen Job oder wage ich den Schritt in die Selbstständigkeit? Doch wie schafft man es, in dieser ständigen Flut an Wahlmöglichkeiten nicht unterzugehen? Wie kann man sicherstellen, dass Entscheidungen klug und zielgerichtet sind? Denn am Ende gilt, keine Entscheidung zu treffen, ist auch eine Entscheidung. Denn wer zaudert, wird durch bevorstehende Entscheidungen stark belastet. Soll ich oder soll ich nicht? Die Kunst der Entscheidungsfindung liegt darin, einen Weg durch die Komplexität zu finden. Es geht nicht darum, zwischen A und B zu wählen, sondern auch darum, die langfristigen Auswirkungen und die eigene Intuition zu berücksichtigen. Schätze mal die Situation ein, die dich gerade herausfordert, wo es eine Entscheidung zu treffen gilt. Ist die Tragweite gering, sollte man möglichst wenig Zeit und Energie investieren. Gerade bei Alltagssituationen wie Entscheidungen im Restaurant, ob man lieber den Salat oder die Suppe nimmt. Hier gilt, Hauptsache irgendeine Entscheidung treffen. Weil du kannst davon überzeugt sein, du wirst relativ schnell vergessen haben, um was es eigentlich ging und die nächste Entscheidung wartet schon an der Ecke. Mir persönlich hilft es immer sehr, eine Entscheidung in einen zeitlichen Kontext zu stellen. Wie wichtig ist diese Entscheidung in 10 Tagen, 10 Wochen und in 10 Monaten? Das hilft mir sehr zu merken, dass die Entscheidung heute in 10 Monaten relativ uninteressant für mich ist. Bevor man sich in den Strudel der Entscheidungen stürzt, ist es ratsam, Klarheit über die eigenen Werte und Ziele zu gewinnen. Das hatte ich schon in der letzten Podcast-Folge angesprochen. Was einem selbst wirklich wichtig ist, darüber muss man sich klar werden. Wofür man steht. Eine Entscheidung, die im Einklang mit der Überzeugung steht, wird oft eine Entscheidung sein, die sich richtig und stimmig für einen anfühlt. Dieser innere Kompass kann durch den Entscheidungsfindungsprozess führen. Drehen sich die Gedanken im Kreis, braucht man entweder Struktur oder eine neue Sichtweise, eine andere Perspektive. Breite größere Entscheidungen auf Papier vor. Manche Menschen kommen am besten mit einer klar strukturierten Liste zurecht, Vorteile, Nachteile, offene Punkte aufzulisten. Andere bevorzugen eher eine bildhafte Darstellung wie Mindmaps. Da kannst du dich einfach mal ausprobieren und herauszufinden, was dich im Entscheidungsfindungsprozess persönlich unterstützt. Folgende Übung kann zu neuen Einsichten verhelfen. Sehe deine Entscheidungsfrage vor dir, aus drei verschiedenen Perspektiven. Soll ich zum Beispiel für ein paar Jahre ins Ausland gehen? Indem du drei verschiedene Körperpositionen einnimmst. Position 1. Auf einem Stuhl am Schreibtisch sitzend, konzentriert man sich sachlich auf Fakten. Die zweite Haltung, auf einem Sessel oder Sofa träumt man unbeschwert von grenzenlosen Möglichkeiten. Die dritte Körperposition, wenn man sich hinstellt, vielleicht an einen Türrahmen gelehnt, nimmt man die Position des klugen Kritikers oder der klugen Kritikerin ein. Den Spruch kennst du bestimmt auch. Wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Wer zu lange überlegt, ob er sich für die Kooperation bewerben soll und seine Bewerbung erst nach vier Wochen abschickt, wird damit wohl auf dem Verspätetstapel landen. Wenn andere keine Deadlines vorgeben, setzt man sich am besten selbst eine. Man notiert sich fest im Terminkalender, bis wann man welche Schritte erledigt hat. Zum Beispiel in drei Tagen über die Bewerbung entscheiden. In vier Tagen Bewerbung erstellen. In acht Tagen Bewerbung absenden. Und noch ein Extratipp von mir. Gewinne Zuversicht, indem du dir die fünf besten Entscheidungen deines Lebens notierst. Zum Beispiel die Wahl des Partners der Partnerin, mit der man schon seit vielen Jahren zusammen ist. Die Wahl des Studiums, obwohl die Familie zu einer Ausbildung geraten hat. Den sicheren Job zu kündigen, um sich selbstständig zu machen. Das Auslandsjahr für sich zu nutzen, obwohl dadurch eine Lücke im Lebenslauf entsteht. Eine Anfrage angenommen zu haben, obwohl man sich nicht sicher war, ob man dafür wirklich kompetent genug ist. Mach dir bewusst, auch auf die Entscheidungen, die ich jetzt hier treffe, werde ich einmal mit großer Zufriedenheit zurückblicken. Wenn man dazu neigt, es allen recht machen zu wollen, werden Entscheidungen noch schwieriger. Entscheidungen gemeinsam zu fällen, ob in der Familie, im Team oder im Verein, erscheint vielen der sicherste Weg, damit am Ende alle auch wirklich zufrieden sind. Doch häufig gehen solche Entscheidungen endlosen Debatten voraus, von denen alle am Ende nur noch genervt sind. Dazu kommt, wird am Ende doch kein Konsens gefunden, sondern demokratisch abgestimmt, gibt es keinen klaren Gewinner oder Verlierer. Das ist tatsächlich eher kontraproduktiv für das Gemeinschaftsgefühl. Trau dich stattdessen einmal, Führungsstärke zu zeigen, auch wenn man keine Führungskraft ist. Damit ist man kein undemokratischer Führer, sondern ein Diener aller. Wenn man in einer Gruppe von fünf Personen einen neuen Termin vereinbaren möchte, kann es leicht passieren, dass man sich im Hier kann ich, aber hier kann ich nicht verliert. Schlage stattdessen bestimmt den Termin vor. Der Termin am Mittwoch passt für die meisten, den nehmen wir jetzt. Meistens werden alle damit einverstanden und zufrieden sein. Entscheidungen zu treffen bedeutet auch, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Wenn du dich damit aktuell schwer tust, dann vereinbare dir jetzt deine unverbindliche Tiefenanalyse über den Link in den Shownotes. Gemeinsam finden wir heraus, was dir aktuell noch im Weg steht, zu 100% für dich einzustehen und souveräne Entscheidungen zu treffen. Kommen wir zu den sieben Schritten, mit denen du entscheidungsfreudiger wirst. Doch wie kann man die richtige Wahl treffen, wenn die Dinge kompliziert werden? Hier können Strategien helfen, den undurchsichtigen Nebel zu lichten. Schritt Nummer eins. Daten sammeln und analysieren. Je komplexer die Entscheidung, desto wichtiger ist es, Fakten zu sammeln und sie nüchtern zu analysieren. Gewichte, Pro und Contra, bewährte Risiken und Chancen. Daten können dabei helfen, rationale Entscheidungen zu treffen. Denn so wichtig auch diese inneren Impulse sind von unserer Intuition, auch unser Verstand möchte mitgenommen werden. Nicht jeder braucht da zu viele Fakten, das ist tatsächlich eine Typsache. Dem einen reichen ein paar Zahlen, während der andere zwei DNA-4-Seiten voller Fakten benötigt. Schritt Nummer zwei. Auf die Intuition hören. Doch nicht nur die Ratio kommt zum Einsatz, sondern wie gesagt, auch die Intuition spielt eine entscheidende Rolle. Denn manchmal steckt die Antwort bereits im Unterbewusstsein. Wenn sich eine Option richtig oder stimmig anfühlt, dann gibt es einen Grund dafür, darauf kannst du vertrauen. Also vertraue deiner Intuition, aber hinterfrage sie auch, anstatt aus reiner Euphorie heraus sofort eine Entscheidung zu treffen. Stell dir Fragen, warum sich etwas stimmig anfühlt. Dadurch kannst du die tieferen Gründe für die intuitiven Eindrücke verstehen. Schritt Nummer drei. Prioritäten setzen. Nicht alle Entscheidungen sind gleich wichtig. Identifiziere also, welche Entscheidungen langfristige Auswirkungen haben und setze dort deine Energie ein. Identifiziere die Top-Prioritäten und konzentriere dich auf die Entscheidungen, die einen langfristigen Einfluss haben. Dadurch vermeidest du, dich in Details zu verlieren, die letztlich nicht entscheidend sind. Schritt Nummer vier. Kleine Schritte wählen. Bei großen Entscheidungen kann es hilfreich sein, kleine Schritte zu unternehmen. Teste eine Option. Sammle Erfahrungen und pass die Entscheidung entsprechend an. Breche große Entscheidungen in kleine Schritte runter. Setze ein Experiment ein, um verschiedene Möglichkeiten auszuprobieren. Diese helfen, um auf praktische Weise herauszufinden, welche Richtung am besten ist. Teste dich zum Erfolg. Schritt Nummer fünf. Andere um Rat bitten. Manchmal können andere Perspektiven wertvolle Einblicke bieten. Man sollte vertrauenswürdige Menschen konsultieren, die einem in der Vergangenheit bereits durch ihre Sichtweise auf die Dinge geholfen haben, diesen berühmten Knoten im Kopf zu entwirren und wieder klar zu denken. Das können Freunde, Freundinnen sein, Familienmitglieder oder Experten, Expertinnen. Begrenze jedoch die Anzahl der Meinungen. Aus dem Verwaltungsstudium habe ich mir den Spruch gemerkt, fünf Juristen, sieben Meinungen. Wähle nur vertrauenswürdige Quellen aus, um Überlastung oder noch mehr Verwirrung zu vermeiden. Bereits ein wertvoller Ratschlag kann zu mehr Klarheit führen. Schritt Nummer sechs. Unsicherheiten annehmen. Nicht jede Entscheidung wird perfekt sein. Manchmal muss man sich auf seinem Weg entscheiden, ohne alle Eventualitäten zu kennen. Das Akzeptieren von Unsicherheiten kann unglaublich befreiend sein. Außerdem unterstützt die innere Haltung, dass man zu diesem Zeitpunkt auf Basis aller einem zur Verfügung stehender Information die passende Entscheidung getroffen hat. Morgen kann die Faktenlage ja bereits wieder eine neue Erkenntnis liefern. Das ist okay, weil man dann nachjustieren und adaptieren kann. Erlaube dir, nicht immer alles wissen zu wollen. Akzeptiere, dass Unsicherheit Bestandteil des Entscheidungsfindungsprozesses sind. Dies kann helfen, mutige Entscheidungen zu treffen und Ängste zu überwinden. Schritt Nummer sieben. Sich bewusst Zeit nehmen. Eilige Entscheidungen sind oft mit Fehlern behaftet. Ein Ja, mach ich, kommt schnell über die Lippen. Doch bereits im nächsten Moment bereut man das Gesagte und würde die Worte am liebsten wieder zurücknehmen. Nimm dir also unbedingt die Zeit, die du brauchst, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Schaffe dir dazu bewusste Zeitfenster. Vermeide, in Hektik zu verfallen oder dich unter Druck setzen zu lassen, weil eine andere Person von der Entscheidung betroffen ist. Nimm dir Zeit, um Informationen zu sammeln, zu reflektieren und dann eine fundierte Wahl zu treffen. Wenn man offen kommuniziert, dass man Zeit benötigt, um darüber nachzudenken und einen konkreten Tag oder Zeit nennt, in dem die Person mit einer Antwort auf ihr Anliegen rechnen kann, dann hat niemand etwas dagegen. Entscheidungen sind keine Hindernisse, sondern Chancen, die Zukunft zu gestalten. Mit einer klaren Vision, Datenanalyse und der Bereitschaft, auf seine Intuition zu hören, kann man Entscheidungen schneller treffen und dem Leben die Richtung vorgeben. Meiner Erfahrung nach gibt es keine falschen Entscheidungen. Es gibt immer nur Entscheidungen oder keine Entscheidungen. Das Vor-sich-herschieben von Entscheidungen kostet nämlich unendlich viel Energie, die man lieber darin investieren sollte, um herauszufinden, was sich durch eine getroffene Entscheidung alles verändert. Hier die Zusammenfassung der sieben Schritte, die du für deine nächste große Entscheidung nutzen kannst. Schritt Nummer 1 Daten sammeln und analysieren Schritt Nummer 2 Auf die Intuition hören Schritt Nummer 3 Prioritäten setzen Schritt Nummer 4 kleine Schritte wählen Schritt Nummer 5 Andere um Rat bitten Und Schritt Nummer 6 Unsicherheiten annehmen Schritt Nummer 7 Sich bewusst Zeit nehmen Nimm die Verantwortung für dein Leben in deine eigenen Hände, indem du beginnst, Entscheidungen zu treffen. Herzlichen Dank für dein Vertrauen! So schön, dass du mit dabei warst! Wie hat dir diese Folge gefallen? Schenke mir deine Wertschätzung! Über deine Sternebewertung sowie bei iTunes eine Rezension von dir freue ich mich sehr! Bis zur nächsten Folge! Go with the flow! Alles Liebe, deine Christine